hatten halligalowlöle zuckst du willst mit dem master genau ich hab's drum mal angemacht aber irgendwie höre ich nix ist kommt nichts raus ist aber an komisch egal einmal haben wir hier den baum alle 24 stunden kann man ja abflügen hier sparen auf die 500 habe ich ja alle fünf einmal zusammen mittlerweile schon bessere sachen und immer öfters machen keine ahnung kann natürlich sein dass die kiste das anmelden als sie auch natürliche aufgabe war auch freundlich gewesen so ist alles noch beim alten glücks roulette drehen mittlerweile bräuchte jetzt 52 ac wenn ihr seht regenbogen drache die folge gehabt jetzt habe ich hier den schatten drachen soldat werbung wer ist der schatten drache schatten drache als nächstes kopf in den vielen nicht mehr viele noch sechs stücke habe ich es alle zusammen galaxie drache regenbogen drache schatten drache danach noch keine ahnung ich hab's aber fast ich bleib natürlich da weiter dran ist klar ach die mine ja genau äh moment einmal fusion da habe ich jetzt nicht weiter erhöht da habe ich jetzt nicht weiter erhöht ist immer noch auf 25 hier 25 lasse ich auch jetzt erstmal ich mache vor allem dass wir hier den drachen fällig dafür brauche ich 52 für ein 51 noches glaube ich um ein fällig zu entwickeln fällt ja muss ich auch noch mal drauf ein bisschen vernachlässigt die menschen kekse fällig auf 99 ok wird nach der planetenbonbon ja sonst hatte fakta habe ich glaube ich auch wieder ein paar zwischendurch auch wieder einholen was haben wir jetzt verfluchte stiefel mein gott ich glaube es auch schon 5 4 3 4 eissandschuhe hier runter ja verfluchte stiefel 4 ich will die ganz unten die wohlstandsmünster haben gold gewinnen kriege ich nicht alte schriftrolle verbessern für drachen mindestens drei prozent auch nicht schlecht wie gesagt also fakturischen für die ihre steine nicht holen ich weite auf 500 für den baum habe ich alle fünf fertig gucken was dann kommt ob es noch höher geht glaube ich nicht aber mal abwarten ich weiß es nicht so wie gesagt konnte alles ja gesehen die werte wenn ihr es hier sehen wollt kann man gucken heiskur bestenliste monster slayer vielleicht wo bin ich da äh steht kein Platz wo ich da bin natürlich blöd oh fast dreimal umgehe ich dann schon platt gemacht so viel habe ich noch nicht wie viel habe ich denn die kann man auch hier sehen ne 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 Okay, alles klar. Wettergeinladen, öffne viele Drohnen, ja und so weiter, Tutorial. Da haben wir 500 Milchflaschen ein. Milch? Das ist ja alles. Alle Spiele hier. Der Mist. Zurück. Zurück. Weil irgendwie alle Spiele, weil Milchflaschen gibt es ja hier nicht. Nee, äh... War das jetzt noch mal? Ach hier. Ähm, schließe 800 ab. Dach in Rang 734. 42.000 Monsterlichen getötet. Der erste hatte 3 Millionen. Oh, ich bin schon eine ganze Weile weiter. Eine ganze Weile. Äh, das gehen wir weg, brauchen wir nicht. Zack. Aber ich bin natürlich hier weiter dran. Mach weiter, meine Drachen fertig, meine Edelsteine aus der Mine. Und eines Weitere weiter Geld sammeln. So. Wenn ihr Tipps habt, wenn ihr was wissen möchtet, was ich vielleicht noch nicht erklärt hab, vielleicht kann ich das beantworten. Dann schreib es mal in die Kommentare. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Alle Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ulz-Metwick-Master. Bis dahin, schön mit Öl. подоб declar trailer. So. Und die Kommentare in der Videobeschreibung.